Ach, Freunde, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück im Livestream. Moin, moin, moin erstmal. Und eine kleine Sache, über die ich mit euch sprechen muss. Kannst du aufhören, mit mir zu reden, Uhr? Irgendwann ist Schluss mit lustig. Ich stehe ja, diese Uhr, Alexa, alle reden mit mir. Mann, Mann. Okay, also. Ich habe ein kleines Problem, Chat. Hört mir zu. Meine Abonnenten sind das Problem. Passt auf. Also, folgendes ist der Fall. Ich blende sie mal ein. Ihr seht ja, Abonnenten und so weiter, ne, rennen. Ordentlich. Es gibt nur ein Problem. Ich bin wahrscheinlich bei den 300.000 Abonnenten nicht an meinem Streaming-Setup. Ich bin wahrscheinlich dann nicht zu Hause und kann die mit euch nicht feiern. Ich mache kein Video, bevor ich nicht die eine Million Abonnenten habe. Da gibt es erst das nächste Mega-Special. Ich möchte aber so wie immer mit euch eigentlich 300.000 Abonnenten voll machen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder deabonnieren hier ganze Menge Leute, dass wir es erst nach der Gamescom machen. Und das, Leute, klappt hundertprozentig safe nicht. Denn ich mache gerade zwischen 500 und 1.000 Abonnenten am Tag. Es gibt noch eine zweite Variante. Und da kommt ihr ins Spiel. Ihr wisst, ich bin ab Dienstag auf der Gamescom. Wir könnten Montag einen wirklich gottlosen Livestream machen. Wir könnten extrem reinfetzen. Äh, Matteo, der hier nach Roblox gebattelt hat. Der SCP, der wird fünf Minuten getimeoutet. Hört auf mit dem Scheiß. Wir spielen keinen Roblox, Leute. Ähm. Ihr könnt helfen, indem ihr einfach euren Freunden oder keine Ahnung was, indem ihr eure Eltern fragt, wenn ihr noch gar keinen Account habt bei mir oder so. Ey, Mama, kann ich mir einen Account machen? Ich muss den nur helfen, die 300.000 voll zu machen. Kann ich den abonnieren? Das ist kostenlos. Das kostet nichts. Das ist umsonst. Okay? Mit so einem Account hat man keinen Nachteil. Man muss keine Zahlungsdaten eingeben. Nix. Das ist völlig umsonst. Help me, please, dass wir Montag einen Mega-Livestream machen, wo wir die 300.000 knacken. Okay? Weil das würde ich mit euch dann auch machen, damit wir das Ding abgehakt haben. Gut. Wir gehen rein. Patrick's Revenge. Revenge. Seid ihr ready? Play. Lass ein Like für den Stream da. Ja, reicht jetzt. Alter, das ist Copyright-geschützte Musik. Dafür werde ich bestraft. Ich kriege Stress dafür. Deswegen muss ich jetzt dazwischenreden, weil ich sonst richtig Ärger bekomme. Also, wir haben Thaddeus hier. Er ist gerade Feierabend. Kross die Krabbe rausgelaufen. Okay. Und wir sehen jetzt, was passiert. Ich fahre nach Hause anscheinend. Bin ich Thaddeus? Ich bin Thaddeus. 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 Ich bin Thaddeus. Thaddeus. Hallo? Hä? Kann ich mit dem Bootmobil... Kann ich nicht. Ich komme nach Hause. Ha! Ha, 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 ha. Denome, es gibt ein Secret. Aha. Was ist denn das hier für eine Atmosphäre? Warum ist hier eigentlich... Na, Bruder. Warum ist hier eigentlich Wellenrauschen? Ich bin doch unter Wasser. Hier ist es doch leise, Mann. Mopro, danke erstmal für ein Euro, by the way. Und Sabrina Steiner hat auch nochmal ein Euro reingehört. Dankeschön. Will ich echt... Hat das heftige Jumpscares? Weiß ich nicht, Bruder. Da hinten ist ein Bus. Kinder! Es geht zur Tauchschule. Es könnte ja mal ein Bus von BMG gewesen sein. Hallo? Da ist ein Schlüssel. Da ist ein Schlüssel! Warum kann ich den nicht einsammeln? Ist das ein Secret? Ich gehe mal schnell zu meinem Haus. Locker. Oh nein. Ich habe meinen Schlüssel vergessen. Wo könnte er bloß sein? Ich habe keine Ahnung. Oh nein. Wir swappen mal die Kamera. Ich glaube, ist ein bisschen besser. Wir gehen mal hier hoch. Dann könnt ihr den Text und so weiter auch entspannt auch lesen. Denomé für Mr. Krabs Büro. Weiß man nicht, Digga. Mr. Trabs meinst du? Wir spielen später bei so einem auch My Friendly Neighborhood. Hab richtig Bock. What the hell? What the hell? What are my keys doing here? Oh. Ich kann den Schlüssel ja jetzt einsammeln. Eben ging das nicht. Hm. Wahrscheinlich war der Schlüssel verhext. Und es ist überhaupt kein Spielfehler. Oh. Nehmen wir das Ding mal mit. Wie geht es euch eigentlich, Chat? Ja, Trabs. Mr. Trabs, Alter. Denn um ist das schlimm, wenn ich nur ein Euro gespendet habe. Bist du bescheuert, Mobro? Du spendest nie wieder in meinen Stream. Mit deinem Kleingeld. Bist du dumm? Natürlich ist das gut. Ey. Mal ganz kurz, ne? Selbst wenn du nur zwei Cent in den Stream werft. Digga. Die meisten Leute gucken zu. Die liken noch nicht mal. Und du kommst hierher und packst hier sogar noch einen Euro rein. Diggi. Das ist, das... Also, ganz ehrlich. Ist doch top. Vergleich dich bloß nicht mit anderen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ein Euro? Hä? Hä? Ah! Patrick! Wer hat den Dicken freigelassen? Wer war das von euch? Diggi. Wo hast du den Stuhl gekauft? Kein Product Placement. Also, ich sag euch, warum kein Product Placement. Ich bin not amused über die Firma von diesem Stuhl. Wirklich not amused. Vielleicht verlose ich den, wenn ich mir einen neuen kaufe. Dann könnt ihr den haben. Was geht hier ab? Hab ich den Quallnetz? Hallo? Ist das wirklich mein... Digga, mein Bett. Das ist doch Spongebob's Bett. Ich bin in Spongebob's Haus, Leute. Jo. Hier gibt's einfach einen richtigen Kran, Mann. Oder was? Wir gehen mal weiter. Wenn du das durchgespielt hast, kann ich dir ein Secret sagen, Mr. Cameraman. Habt ihr eigentlich gesehen, dass ich bei Skibbity Toilet Episode 52 geweint hab? Was? Junge. Das war sehr emotional für mich. Spongebob? Spongebob? Spongebob, Digga! Spongebob? Spongebob? Was ist hier passiert? Ein hübscher Dono! Patrick hat seinen Verstand verloren. Vielen Dank. Dankeschön! Wir schauen rein. Wir hören, was sie sagt. Emily. An jeden, der auf der Gamescom ist. Wer ist auf der Gamescom von euch? Schreibt mal Hashtag Gamescom in den Chat. Wer ist da? Wer ist auf der Gamescom? Alle, die da sind, folgt mir auf Instagram und verlinkt mich in euren Storys, wenn ihr ein Foto wollt. Ich werde euch finden. Ich... Ey, so viele, Digga? Echt, so viele? Ja, da sind schon ein paar. Ja, ja, ein bisschen Respekt jetzt auch wieder, ne? Ich darf nicht auf die Gamescom. Vielleicht nächstes Jahr, Official. Ich bin nächstes Jahr bestimmt auch wieder da. Okay, doch gar nicht so viele. Doch gar nicht so viele. Okay, ja. Also ein paar auf jeden Fall. Ich bin da. Einfach in der Story verlinken. Und dann kriegen wir das hin. Wir müssen jetzt mal gucken. Es gibt hier anscheinend einen Schlüssel. Patrick ist jetzt irgendwie ganz, ganz mies am Start. mit seinem psychologischen Wahnsinn. Der kickt jetzt anscheinend mega rein. Was ist das denn hier für ein Bild? Das bist aber nicht du, Kollege. 56812. Kann ich den Code einsammeln? Ne. 56812. Gehen wir mal raus. Da, 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 da. 5, 6. 56. Chat? Wer furzt hier? Nicht witzig. Okay, schon ein bisschen. Die Tür ist jetzt offen. Aha, hier ist ein Fern... Oh ne, Digga, hier ist ein Fernseher. Hier ist ein Fernseher, Mann. Mit so einem Schraubenzieher. Ich muss den reparieren, oder? Wer hat den Fernseher kaputt gemacht, Chat? Wer hat den hier gelassen überhaupt? TV-Man? TV-Man, Skibity? Wann gehst du zur Gamescom? Ich bin fast die ganze Woche da, Bruder. Ich hab ein Schraubenzieher. Okay, wir können an dem Fernseher nichts machen. Ach, ach, Saja, du warst das. Ja, sorry, TV-Moment, Madame. Ja, ja, genau. Genau, Digga. Wer ist er? Wer ist er da hinten? Seht ihr das? Chat? Mann, was ist das denn jetzt? Patrick! Oh, nee. Ich will das nicht. Ich mach den, ich mach den Fahrstuhl jetzt. Patrick. Ey! Ha, 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 Ted. Lustig, ha, ha. Wie ihr den Fahrstuhl direkt aktiviert habt. Hä, hä, hä. Mann. Grüße aus Agadir, Denno. Teddy, mein Bester. Ja, was geht? Ich nenn dich jetzt Teddy, Digga. Was geht hier ab? Gary? Gary, Bro? Der redet ja nicht, Mann. Er ist ja eigentlich nur eine Katze. Ja, was läuft denn hier? Oh, da ist ein Schlüssel. Hier ist ein Stuhl. Können wir wegmachen und damit eine Tür öffnen. Ich hab ein ungutes Gefühl. Irgendwas passiert gleich. Spongy. Ich hol dich hier raus, Bruder. Junge, was jetzt? Was geht jetzt ab, Digga? Final Fluchtmusik, oder was? Jo, guck dir Squidward an. Er ist, Digga. Hä? Patrick? Three, two, one. Was? Fight. Was? Digga, was geht denn jetzt ab? Bro. Bro. Was läuft denn jetzt hier? Gibt's jetzt Tekken? One on one fight? Nein, Digga. Please not. Tadeus und... Und... Lol. Junge, guck dir das an. Ausgewicht. Digga, was ist das? Digga, das war's. Das war das Game. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, Digga. Nein. Chad, das kannst du keinem erzählen. Das war doch kein Spiel, Digga. Allein... Diggi, was? Bruder, ich bitte dich, Mann. Was? Nein. Nein, Digga, nein. Niemals war das gerade ein Game. Das ist doch ein Joke gewesen. Es gibt ein Secret, meint dir, Mann. Digga. Sag das Secret, Caraman. Es gibt hier ein Secret in diesem Game auch noch. Zoll Simulator spielen wir morgen. Zu Ende. Heißt, das ist der Live vorbei? Nein, Digga. Der Live fängt gerade erst an. Ganz entspannt. Ich bin heute noch eine Menge da. Aber wir müssen erst mal... Ich hab's gesagt. Also wir müssen am Anfang... Okay, warte. Cameraman hat gesagt, es gibt ein Secret hier in diesem Game. Wir gucken hier rein. Ich muss mir eigentlich mal die Lizenz für dieses Lied besorgen, weil ich das eigentlich voll nice finde, ne? Ich würde so gerne die ganzen Songs von Spongebob benutzen, wenn das geht, aber das ist leider nicht erlaubt. Echt schade. Ich sag, wenn du mit Auto fährst, lauf gerade aus. Okay. Geh zur Krossenkrabbe? Was ist in der Krossenkrabbe, Chat? Da gibt's echt noch ein Secret jetzt? Okay, ich geh zur Krossenkrabbe. Ich tue's. Chat, wir gehen zur Krossenkrabbe. Lass ein Like, der Spongebob feiert. Ab zur Krossenkrabbe, Digga. Okay. Emily Cat, Dankeschön für die Mitgliedschaft. Herzlich willkommen in der Familie. Wir gehen back home. Wir gehen zurück zur Krossenkrabbe. Ich kann auch einfach da hingehen, ne? Ja, kann ich nicht. Haha, geh zur Krossenkrabbe, sagten sie. Haha, kann man easy machen. Secret. Hey, ist kein Secret, Digga. In der Familie. Ha, 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 ha. Geiles Secret, Mann. Richtig nice. Cameraman. Okay. Ich geh mal erstmal einfach. Ja, wir gehen mal einfach. Ja, ja, ja. Alles gut. Ey, wieder die Profis in dem Game grad, ne? Denno. Geh mal zur Krossenkrabbe. Kannst du halt nicht. Als wären sie Experten, ne? Als wären sie Experten. Was geht denn hier ab? Ich geh jetzt die ganze Zeit geradeaus. Die ganze Zeit geradeaus. Da, 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 da. Was? Secret Level? LoL. Ah, Patrick. Ich muss die Krabbenberger finden, oder? Digga, das ist einfach ein Secret Level, Mann. Ich muss den Krabbenberger finden. Aber Patrick ist genauso klein wie ich. Sieht aus wie so ein kleiner Trottel, Mann. Okay. Ich bin ehrlich. Der Kameraman. Kuss geht raus. Interessantes Secret. Aber das ist jetzt natürlich auch nicht so das Mega-Ding. Ich würde jetzt halt kurz zu Ende spielen. Einfach nur die Vollständigkeit halber. Und hier ist auch schon der Krabbenberger, ne? Das war's. Diggi. Also, Bruder, das Game, ich sag euch, ich sag euch, 10 von 10. Schlecht. Okay, also vom Ding her, es hatte ja eigentlich ganz coole Momente. Aber, Bruder, weiß ich ja nicht. By the way, ne? Ihr seht schon. Morgen kommt nächstes Video. Weh, ihr schaltet nicht ein. Titan Speaker wird morgen in Monster Merch belebt. Digga, wir haben Monster Merch heute gestartet. Es haben noch nicht genug Leute das Format gesehen. Ich sag euch, wie es ist. Muss besser werden. Also, My Friendly Neighborhood war das nächste Game. Patrick, haken wir mal ab. Wir spielen keinen Zoll-Simulator. Nein, 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 machen wir nicht. Zoll-Simulator soll, ich weiß gar nicht. Wir können mal kurz reingucken, aber wir spielen nicht. Wir spielen gleich My Friendly Neighborhood. Ich guck kurz rein. Ich weiß nämlich nicht, wie weit wir sind. Das will ich einmal kurz checken. Ich hab das letztes Mal nicht gemacht. Gucken einmal, wie weit wir sind. Spielst du heute durch? Ja, wir können mal gucken. Also, eventuell. Digga, 97%. Ja, lass heute durchzucken. Machen wir zum Ende, okay? Wir spielen dann halt zum Ende Zoll-Simulator und machen jetzt eine Runde My Friendly Neighborhood erstmal. Freunde, helft mal bitte mit, die 300.000 voll zu machen. Please. Ich muss das, glaube ich, mal in den Chat auch reinschreiben. Ihr müsst helfen, ne? Digga, fragt eure Cousins, Cousinen, alle, Mann, die sollen abonnieren. 300.000. Danach ist mir alles wieder erstmal egal für die nächsten 100k. Aber 300.000, die müssen wir vor Dienstag, müssen wir die einfach hitten. So, was ist das hier eigentlich? Stopp mal. Heute geht's wieder in die Sesamstraße. Mit der Socke hab ich Bock. Let's go, ho, Chat. Warte mal. Warum ist der Chat hier... Warte mal. Ich bring euch mal ein Stück nach oben. Ich glaube, das ist ein bisschen entspannter auch für euch. Dann seht ihr euch auch da... Ja, perfekt, Digga. Ey, guck mal. Leute, was ist das hier? Plus 2, minus 1 und 6 der Kreis. Da kann ich mich dran entsinnen. Das Rätsel hab ich damals auch in der Demo schon mal gezockt. Wait a second. Wir sind drin. Okay. Muss erstmal wieder klarkommen. Ich glaube, beim letzten Mal... Wir haben jetzt so ein Schaltkastenbox oder sowas. Muss man auf jeden Fall... Äh, im... Im... In Gedanken behalten. Hier ist ein Zettel. Ich lese mal durch. An alle Mitarbeiter! Aufgrund der Bauarbeiten an der neuen Bühne wurde diese Sprengtür mit einer Lochkartenkombination gesichert. Bitte platziert die entsprechenden... Ja, ja, das weiß ich, wie es läuft. Pass auf, Leute. Das, Digga, das Rätsel. Wirklich sehr crazy. Ich glaube, wir müssen hier oben jetzt erstmal... Der Stecker ist nicht vollständig. Ach, verdammt, ey. Wir müssen wieder zurück. Ja, ist das Game? Jetzt gibt es die Toilette. Was meinst du? Das Monster-Merch? Nee, Digga, ist jetzt hier nicht. Zu wenig Leute geguckt. Sag, wie es ist. So. Was haben wir hier? Ich mach mal die beiden Türen auf. Denn ich seh Patrick da unten rechts. Wo? Was ist das denn? Das bin ich auf Toilette gewesen heute Morgen. Ah! Oh! Oh! Mach mal das Game ein bisschen lauter, entschuldigt. Hallo? Was ist das denn? Ach, das ist der Typ in den Röhren, oder was? Ich mach mal ein Licht an. Der mag, glaube ich, kein Licht, Freunde. Was ist das denn? Ah! Oh, ja, okay. Easy. Shoot. Ah? Habt ihr es gerade gehört? Da ist wieder, glaube ich, ein Ernie oder so gewesen. Was ist denn mit den Mäusen hier immer? Ganz komisch. Hier ist ein Briefkasten, okay. Keine Munition oder sowas. Findet man hier nichts? Gibt's hier nichts? Digi! Komm mal her, Ernie! Hallöchen! Ah! Was ist das denn? Hey! Yo! Help me, please! Leute, Pumpgun. Digga, wie viele sind denn das? Wir hauen einfach ab. Wir gehen einfach weg. Yo! Was war das denn gerade? Aha. Interessant gewesen. Da hinten? Ist das jetzt der Typ, oder was? Der ist jetzt im Rohr. Der ist jetzt auf der Jagd nach uns. Mach' einen Abgang! Du Larry! Was ist denn das für einer? Bist du Krümelmonster, oder was? Verzieh dich, Junge! Ist er jetzt tot? Das war's? Krasser Gegner. Echt ein krasser Boss gewesen. Wild. Was geht hier oben? Jetzt können wir das Ding einsetzen. Können wir machen. Und jetzt? Warte mal. Da oben stand was. Ich muss einmal ganz kurz gucken. Chat, das ist jetzt richtig fürs Rätsel, glaube ich, ne? Also wichtig. Vier-Eck plus zwei. Dreieck minus eins. Kreis ist plus sechs. Mhm. Wichtig zu wissen. Aber was für plus sechs? Was bedeutet das genau? Schauen wir mal. Zehn. Drei. Zehn. Acht. Zwölf Uhr, alle. Ich, pass auf, ich drucke mal was aus. Also, ich drücke jetzt einfach mal dreimal das Ding. Und dann gibt's, kann man den Schalter drücken, dann kriegt man so eine Karte. Und die würde ich jetzt einfach mal hier reinstecken. Okay. Jetzt verstehe ich. Wir müssen das auf drei Uhr wahrscheinlich bringen, ne? Alright. Also, Chat. Ich glaube, hier gab's ein Minus eins. Das heißt, plus zwei, plus zwei, minus eins. Ist das richtig? Das würde drei ergeben. Jetzt Mathematikunterricht, Chat. Pass auf, Alter. Direkt. Profi. Ach. Easy. Hiya, siehste. Läuft doch. Läuft doch. Dann hab ich gleich das nächste Rätsel am Start. Sag mal, Abonnier mal lieber meinen Kanal, Digga. Ich will die 300k voll machen. Ich bin richtig gestresst, ey. Ich kann ab Dienstag nicht nur mit euch die 300k feiern. Das würde mich so traurig machen. Ich denke mal, heute werden wir 296 packen. Morgen, wenn es gut läuft, vielleicht so 297. Montag 298. Vielleicht 299. Und dieses habe ich einfach nicht mehr da, ne? Gamescom killt mich schon wieder komplett. Was haben wir hier? Wir sollten, warte mal ganz kurz, kurz überlegen. Also hier steht eine 10. Hier steht allerdings eine 7. Die ist eingekreist. Das ist also falsch. Die 7 ist richtig. Das würde bedeuten, 2 plus 6 sind 8, minus 1 sind 7. Naja, easy. Abonnieren können alle. Ne, tatsächlich nicht. Tatsächlich haben extrem viele Leute einfach gar kein Account. Deswegen habe ich auch so wenig Abonnenten. Weil die meisten kein Account haben. Die Eltern sagen immer, Nein, nein. Wir wollen nicht, dass du ein Account hast. Digga, da kann dir einiges passieren. Was ja auch richtig ist. In gewissen Fällen. Wenn man da seine Daten oder so hinterlegt, ne? Aber so ein YouTube-Account an sich ist ja nicht schlimm. Kann man halt nur Kanäle abonnieren. Du darfst YouTube gucken, aber kein YouTube-Konto haben. Das ist nämlich immer genau das. Wow. Die sind in der Höhle. I don't know how deep this goes. Ich habe meine Pumpkin dabei. Hallo. Jemand aus dem Chat hier in der Höhle? Hallo. Irgendeiner hier? Ist auch irgendwann nicht mehr lustig. Ah, da seid ihr. Chat, seid ihr das? Sieht fast so aus wie ihr. Hey, ich darf euch auch mal hauptsnehmen. Hallo. Hast du abonniert? Wenn nicht, dann passiert dir das hier. Abonnier meinen verdammten Kanal bis Montag. Mann, ey. Wir haben drei Türen. Ich gehe erstmal hier lang. Hallo? So hässlich sind wir nicht? Na, das stimmt wohl. Ihr seid auch ziemlich süß. Oft. Ja, ich. Ich sehe schrecklich aus. Fang nicht so an. Wenn du da jetzt, wenn du das jetzt wirklich glaubst, Digga, das ist kompletter Bullshit. Jeder kann gut aussehen. Aber, wer kennt es nicht, Leute? Die, die sich beschweren, ich bin so hässlich, ich sehe nicht gut aus. Bruder, du stinkst aus, wenn du drei Tage nicht duschen gehst. Du musst dich mal ein bisschen mehr pflegen. Du musst mal gut riechen, Digga. Das kommt nicht einfach so. Das ist ein Prozess. Wenn ich an Stream gehe, so wie jetzt, Digga, dann gibt es Parfüm. Einfach, damit ich gut rieche. So. Wer kennt nicht die Leute, die sich über ihr Aussehen beschweren, Digga, aber auch nichts machen dafür. Ich war ja immer ein dicker Mensch. Oder ich bin immer noch ein dicker Mensch, würde ich sagen. Aber ich habe nie gesagt so, ne. Ich sehe scheiße aus. Digga, ich war einfach nur fett. Ich bin ehrlich. Und das wusste ich auch. Und das war auch okay für mich. Für mich war das in Ordnung. Das ist immer das Wichtigste. Wenn es für euch okay ist, dann warum sollte das für andere dann nicht okay sein? Was ist hier? Hört ihr das? Hallo? Chat, wer macht da so einen Streich? Ich habe dich abonniert. Clara, du bist ein Schatz. Es wird echt, es wird nicht einfach, Digga. Aber die 300k, also eigentlich würde ich morgen, Montag würde ich gerne mit euch die 300.000 feiern. Ich hoffe, dass es klappt. Ihr müsst echt alles geben. Ihr müsst echt alles geben. Ich bin auf euch angewiesen. Ich kann das alleine nicht schaffen. Ich habe das nicht in der Hand. Das ist das Problem. Was geht denn hier ab? Was ist denn das hier eigentlich für ein Laden? Jo, der ist ja voll groß. Jungs und Mädels. Messi oder Ronaldo? Abruh. Race? Irgendwas. Ich glaube, hier ist von diesem Typen im Rohr das Nest. Interessant. Ich würde sagen, Messi. Denno, ich nehme meinen Kommentar zurück. RJ, finde ich gut. Jeder ist auf seine Weise schön. Man hat aber selber in der Hand, ob man noch schöner aussieht. Ich sage euch nur ein Beispiel. Zähne putzen. Das A und O. Wie oft erlebe ich auch selber bei mir, dass ich liege im Bett und ich bin komplett kaputt. Und ich so, ha, Digga, ich gehe schlafen. Und dann so, nein, Bruder, du bewegst deinen fetten Arsch jetzt ins Badezimmer und schrubbst deine scheiß Zähne noch. Damit du Leute anlächeln kannst und nicht aussiehst wie Opa Gammels Hahn. Weißt du, wie ich meine? Das ist wichtig, Digga. Ist so. Das sind so Sachen, man hat das eigentlich schon viel selber in der Hand. Gut riechen ist das andere. Also sag mal, gut riechen, Digga, Zähne und Fingernägel. Und dann bist du eigentlich schon der. Also dann als Mann, scheißegal. Als Frau, sag ich mal, hast du das generell natürlich ein bisschen einfacher. Aber Frauen fühlen sich öfter einfach nicht so schön. Weil Frauen sich, glaube ich, mehr von diesen Idealbildern auf Instagram und so verleiten lassen. Zähne putzen, duschen und Gesicht waschen. Auch 100% wichtig. Matti, Digga, ganz safe. Gesicht waschen ist auch immer so eine Routine. Das darf nicht fehlen. Was ist das hier eigentlich? Digga, ein fetter Tresor, den will ich aufmachen. Waren wir hier schon mal? Marke gefunden und ein bisschen Muni. Gefällt mir. Ich habe keine Ahnung, wo wir gerade sind. Ich habe völlig den Faden verloren. Wer ist er denn? Hallo? Ey Ernie, willst du mal einen mit dem... Okay, der Typ ist auf jeden Fall dead. Das kann ich euch sagen. Der ist absolut dead. Hier ist nichts drin. Bin neu. Ma 19, was geht... Sicherungskasten. Hier ist ein Zettel. Jemand klaut ständig die Schalter, mit denen man die Türen öffnen kann. Also habe ich sie in Schließfächer im Keller gebracht. Hier ist eine Karte. Hier ist der Schließfachschlüssel. Ja, und welche Boxen sind das jetzt? Ah, die sind markiert. Egal, Leute. Ich kann das doch aus dem Kopf. Sind das die hier? Ne. Sind das die da, oder was? Oh. Oh. Alles klar. Dann weiß ich, wie der Hase läuft. Mh, okay, okay, okay. Ich. Ach, Mann, ey. Bewegen. So. Rechte Maustassen. Wir müssen das Ding jetzt erstmal ein bisschen drehen. Pass auf. Das war, glaube ich, an dritter Stelle. War das dritte Stelle? War das gerade der dritte Punkt, der hier gezeigt worden ist? Bin mir nicht ganz sicher. Weil wir müssten die im Inventar jetzt so ein bisschen sortieren, würde ich sagen. War das der dritte? Ja? Lea, hast du aufgepasst? Okay. Okay. Also. Ähm, diese Sicherungskästen. Wo hatten wir die? Wir hatten einen in der Umkleide. Wir hatten einen... Ähm, an dem sind wir, glaube ich, vorbeigelaufen, oder? Ich putze niemals Zähne. Emin, wenn du das nicht machst, Bruder. Ekelhaft. Ich sag dir, wie es ist. Das ist einfach nur gottlos ekelhaft. Wenn du das nicht machst, dann wirst du deine Nachbarn in der Schule mit Mundgeruch zuspammen. Ey, das ist nicht witzig. Ich rede da aus Erfahrung. Wie oft war eine bildschöne... Bildschönes Mädchen neben mir gesessen. In der Schule. Die keine Zähne geputzt hat morgens. Direkt. War erledigt. Das war einfach der. Ja. Ging gar nicht fit. Unwichtig. Wer will denn... Wer will denn Deep Storytelling sehen, Digga? Wir wollen doch einfach nur sehen, was ist hier mit der Sesam... Das wird jetzt ein bisschen uncool. Was machen wir hier? Let's... Nein. Das ist Notfallwaffe, glaube ich eher. Was machen wir jetzt? Ich schlag ihn einmal die Fresse ein. Junge. Warum kann er nicht runterfallen? Du verdammter, ey. Hör auf, mich anzufassen. Oh nee, noch so einer, ne? Wenn wir schnell genug sind, kommen wir da hinten rüber. Hallo. Tschüssi. Wir laufen schnell weg. Weg mit dem Typen. Geht nicht. Ich muss den verkleb haben. Aber das macht halt keinen Sinn. Muss ja wahrscheinlich eh wieder nicht vorbei. Ich hab hier irgendwo... Ich bin mir sicher... Ja, da ist der Schaltkasten. Ey. Da hat aber... Da hat aber mein Gehirn gerade übel reingezündet. Das... Hab ich mir gemerkt. Wo ist der vierte Schaltkasten? Der eine ist in der Umkleide, wo dieser Ernie runtergefallen ist, glaube ich. Der andere... Boah, warte mal. Was ist das denn hier? Digga, hier ist noch ein Boot. Let's go, Chad. Wer kommt mit rein? Alle rein. Alle Abonnenten dürfen mit ins Boot. Wahrscheinlich eine Petri Gache, weil er keinen Kramburger bekommen hat. True, true. Oh, was haben wir hier? Magazin. So viele haben Bock auf Boot fahren. Digga. Ey. Ich hab so... Ich hab so eine Idee, ne? Danke erstmal für zwei Euro an MockBlin. Kuss, Bruder. Kuss. Vielen Dank. Freu mich, dass du dabei bist. Bin ich? Wo bin ich denn? Hier bin ich? Ich muss kurz überlegen. War das nicht der Room mit der Pumpgun oder so? Ja, ne? Ja, dann sind wir ja in der Nähe. Was für eine Idee. Ich werde Weihnachten... Leute, also passt auf. Es gibt Merch Mitte September wahrscheinlich. Wir kriegen das, denke ich, hin. Es wird zu 100% jetzt fest Merch kommen. Im September oder... Äh, also im September. Safe, safe. Im September. Mitte oder Ende. Aber, noch besser. Wenn der Merch gut läuft, und ich vermute, das wird er, dann werde ich im Dezember nochmal so eine Aktion starten. Und warte mal ganz kurz! Bruder, pump gerade in dein Gesicht! Lappen! 1A Lappen! Ich werde im Dezember zu den Leuten... Also, ich werde es im Dezember so machen. Sagen wir jetzt einfach mal, ich hab... Keine Ahnung. 500 Mal Merch verkauft oder so. Ich fahr zu einigen Leuten hin und geb extra Geschenk. Von den Merch-Einnahmen. Wisst ihr, wie ich mein? Ich komm dann rum, Digga. Sag moin, ich bin's, der Weihnachtsmann. Und ihr wisstet davon wahrscheinlich dann auch nichts. Und... Ja, das werde ich halt für die Leute machen, die mein Merch halt ordentlich supporten. Ich werde dann die Adresse checken. Dann quatsch ich mit den Eltern. Und dann komm ich mal rum zu Weihnachten. Das ist ja eine sehr, sehr geile Aktion dieses Jahr. Wer ist er denn, Mann? Guck dir den mal an. Aus hier. Oder bist du ein Motorboot oder was? Ob du ein Motorboot bist! Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Was denn? Ha, 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 ha. 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 Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ich glaub, der will Stress-Chat. Ha, 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 ha. Was will der denn? Schrei-Duell oder was? Bro! Komm doch, ey, du Lappen! Ha, 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 ha. Oh, my God, ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Hau, ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Wenn man Danno nicht supportet. Ey. Alles für'n Chat. So, ich glaub, das ist perfekt. Wir haben die richtige Reihenfolge. Ich hab alles richtig gesetzt. All right, Mann, dann gehen wir mal wieder. Machen wir mal den Arl hier wieder lang, ne? Niemand kann ihn da schlagen? In was? Ich hoffe generell, dass mich niemand schlagen kann. Kannst du mal mit deinem Chat Caboose spielen? Was ist das denn? Was ist denn Caboose, Alter? Digga, ich hatte auch volle Lautstärke. Oh mein Gott. Ach, sorry, Brudi. Lennart, es tut mir leid. Leute, ich hab Lennart gerade komplett weggeschallert. Bis nach Meppen. Ich mal überlegen. Hallo? Ey, Dullis. Digga, der hält so viel aus, Mann. Du pinkes Stück Grimmis-Dreck, Alter. Raus mit dir. Ey, Lappen. Eigentlich könnte man, eigentlich könnte man einen von denen mal tapen. Und zwar den. Weil ich muss hier bestimmt noch öfter durch. Fahrstuhl hier, Tür da hinten. Ja. Der durchschreit wie ein Weltuntergang. Junge, wie schreit der in Weltuntergang? Hast du schon mal einen Weltuntergang schreien, Mann? Hab auch Kopfhörer auf. Ach, ist das so? Habt ihr Kopfhörer auf? Herzlich willkommen zu ASMR. Okay, sorry. Ich wollte richtig abfacken, wenn ich jetzt, glaube ich, zugucken würde. Egal. Wir machen jetzt erstmal... Ich weiß die Reihenfolge nicht mehr. Gibt's hier irgendwo Zettel, die man lesen kann? Vielleicht, ähm... Dein Ernst? Bruder, ist das jetzt dein Ernst? Ey! Ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch, Tid. Ich weiß es doch nicht mehr. Bruder, ich hab doch keine Ahnung mehr. Okay, wir machen's anders. Also, Herz, Kreuz, Pik, Karo. Es gibt sehr viele Kombinationen. Gute Idee. Gute Idee. Ich geh im Stream zurück. Ich guck mal kurz. Warum sollen wir das auch nicht nutzen? Ich mein, das bin ja sowieso ich. Ich guck mal ganz kurz, wo wir... ...den verdammten Plan bekommen haben. Das war ungefähr hier. Also. Bisschen nach vorne. Herz war Nummero... Was war Herz? Nummero... Nummero 3. Das ist schon mal wichtig zu wissen. Also hier hin. Was haben wir noch? Nachbarn in der Schule mit Mundgeruch zuspammen. Ey, das ist nicht witzig. Ich rede da aus Erfahrung. Das Mädchen neben... Mach mir. Junge. Da war die nächste Sicherung? Irgendwo. Ich bin mir sicher... Ja, da ist der Schaltkasten. Ey. Kreuz auf die 1. Alright. Das passt. Also. Erstmal vielen, vielen Dank auch für den Tipp jetzt hier gerade. Kreuz auf die 1. Dann haben wir ja nur noch... ...gewisse Möglichkeiten. Das klappt nicht. Das heißt, Karo muss auf die 2. Und so. Alright. Tür ist offen. Mach's auf da! Richtig und richtig. Ich sehe Loot. Oh, Junge. Loot! Ich hab Shotgun-Patronen gefunden. Und zwar gar nicht wenige. Lecker, schmecker, Spaßentdecker. Das Schneidewerkzeug nehmen wir auch gleich mit. Und würde sagen... Zack. Machen wir einfach mal auf hier den Lachs. Was ist das denn hier? Ist hier Loot? Liegt hier was? Kann ich was einsammeln? Nö. Scam. Der, du warst dein Lieblingsspiel? Äh, gute Frage. Ich hab gestern mit Kollegen Sniper-Elite gezockt. Digga, war sehr geil. Äh, wir überlegen halt, ob wir so einen Swat-Simulator mal zocken. Aber der ist halt echt arg brutal, ne? Da sieht man schon so, wie die Leute so erschossen werden. Aber ich würd das halt eher so... Natürlich ist der Fokus eher so auf dieses Professionelle, ne? Wir haben halt überlegt, ob wir so ein Cosplay für mich machen, wo ich so ein Swat-Costume anhab und wir dann so einen Swat-Simulator spielen. Mit so Verhaftung, Pipa-Pumpen. Und dann sagt so, Hände hoch, Polizei und so. Und dann die Leute, die Leute sagen so, nein, nein, bitte nix tun. Weißt du, das ist, ähm... Wir haben halt überlegt, ob wir das ready or not, oder? Ja, genau. Das wär das konkrete Format. Ich hab, will aber auch noch mit euch den Penner-Simulator zocken. Der wird auch richtig geil, Digga. Penner-Simulator wird sick. Digga, der lebt ja plötzlich. Was machst du hier, alter Mann? Hallo? Was du hier machst, will ich? Das ist ein Taxifach. Aua! Ich wollt gehitet, Chad. Jetzt kriegt er mit der Pistole. Wie viel der ausgehalten hat. Ich kann ihn nicht mal festkleben. Denno, mach mal bitte ein Video mit Lami. Nee, Digga. Ich will keine Videos mit anderen YouTubern machen. Ich hasse das. Könnt ihr nicht verstehen, warum? Ich hasse das einfach mit anderen YouTubern. Videos zu machen, Digga. Weil die haben auch ihre eigenen Probleme. Und ich hab gar keinen Bock da immer mit reingezogen zu werden. Wenn die keine Zeit haben für irgendwelche Aufnahmen. Weil die wieder mit zwei Videos am Tag zu fett überladen sind oder so. Ich will einfach mit euch alleine. Weißt du? Bei mir auf meinem YouTube-Kanal soll es nur um mich und meine Community gehen. Ich habe zum Beispiel den Bobby Gaming mal mit in meinen Stream geholt. Der ist aus meiner Community. Und der hat dann selber halt Abonnenten generiert und so, ne? Das ist halt so. Wenn ich mit Leuten aufnehme, Digga, dann mit euch. Ihr seid auf meinem Discord. Ich nehme mit euch auf. Alles auf chillig. Derno, kannst du mal Genshin Impact spielen. Ich habe letztens Placement, glaube ich, Anfrage bekommen. Aber, Digga, das Game, das muss ich mir erst mal angucken. Da kann ich schwer was zu sagen, ob es mir gefällt oder nicht, ne? Das muss ich vorher immer angucken und dann würde ich das testen. Was ist das hier? Ich bin in einem Studio oder was? Okay. Merkt euch Folgendes. Es gibt in dieser Area einen dreieckigen Schlüssel. Digga, habe ich hier einen Ausschlag, Mann? Chat! Ihr müsst abonnieren oder der Ausschlag wird mich... Wird mir gar nichts tun. MFN Studios. Der juckt jetzt gerade, ne? Was ist das, Mann? Hallo? Einmal bitte jetzt abonnieren. Einmal bitte direkt Abo. Ungefähr so muss man den Subscribe-Button auch dann weghauen, ne? Äh, okay. Also, wir haben hier... Haben wir hier einen Ausgang? Ha! Abgeschlossen. Ha, ha, ha. Geil. Ja, du kennst du Laser-Tag. Ja, Mann. Ich habe sogar eine Laser-Tag-VIP-Membership-Card. Da guckst du jetzt, ne? Geht hier ab. Ich habe lange nicht mehr gespeichert. Wir dürfen... Wir müssen sehr aufpassen. Wir dürfen... Ähm... Von hier komme ich doch. Wahrscheinlich war das der alte Mann, Denno. Welcher alte Mann? Denno, warst du schon mal in Amerika? Nein. Was ist das denn? Hat der eben mal Piggy rausgelassen, oder was? Von Roblox? Alter Mann. Nerv mich nicht. Weg mit dir. Okay, One-Shot ist er auf jeden Fall. Okay, die sind One-Hit. Das ist eigentlich ganz cool. Kleben wir den Typen fest. Ich lasse die mal in Ruhe. Das bringt ja eh nichts. Man kann die ja nicht so mies killen, ne? Denno, ich muss mich für eine von zwei Optionen entscheiden. Nenn mir die Option. Vielleicht können wir mit dem Chat, äh, zusammen einfach eine Umfrage machen. Was ist das denn? Eine Samtmaske? Wofür brauchen wir die? Wir haben eine Maske bekommen. Und ein Klebeband. Wenn du hast mal überlegt, ein eigenes Spiel zu machen, tatsächlich, Chefkoch, gestern. Äh, wer von euch hat 98XX gefeiert? Wer von euch? So. Und ich hab überlegt, ob wir so ein Spiel auch mal machen. Ob wir unser eigenes Game davon machen. Weil ich das halt... Ähm, weil ich solche Spiele sehr geil finde. Wie viel Munition haben die ja? Äh, Digga, ich muss Munition horten. Ich brauch nämlich aktuell gar nicht so viel. Marken haben wir noch drei. So ein Heiltonikum könnte ich mal benutzen. Brauchen wir eh grad nicht. Ähm, dann hab ich eins nochmal dabei. Der Schlüssel hier ist ein bisschen nervig. Den müssen wir eigentlich nochmal wegkriegen. Ja, ich hatte halt überlegt, ob wir so ein 98XX-Spiel machen. Selber. Weil ich Google-Excel auch sehr gefeiert hab. Und ihr ja auch. Hab ich halt überlegt, ob ich mein eigenes Creepypasta-Game mach. Was soll ich denn jetzt mit der Maske eigentlich machen? Kann ich die hier reinlegen? Aua! Aua! Dreckschwein. Direkt weg. Kann ich in einem Video dabei sein? Ich kenn dich nicht mal, Bruder. Frag bitte nicht, ähm, ob du in einem Video dabei sein kannst, wenn du noch nie dich auf dem Kanal gezeigt hast. Ich geb dir aber die Kekse, Bro. Können nur vielleicht abgelaufen sein, ne? Dad, ich bin schlau. Eins plus eins gleich elf. Warte mal. Ich muss mal gucken, was Vivian jetzt hier vorhin geschrieben hatte. Der hatte zwei Optionen. Der hat sich gar nicht mehr gemeldet. Alright. Na dann. Ahem. Munition. Sehe ich gerne. Zeitungsartikel. Irgendwas über Krieg. Unwichtig. Fahrstuhl. Der nicht funktioniert. Top. Top! Denno, wie kann man dieses Spiel hochladen? Wo hast du es hochgeladen? Hä? Wie? Was? Also, welches Game, Digga? Welches Game meinst du denn, Tututals? Hochladen ist was anderes wie runterladen, ne? Da müssen wir auch nochmal an der Ausdrucksweise arbeiten, Bro. Wie geht's dir denn um ein neuer Abonnent? Elias, wie geht's dir, mein Bester? Danke erstmal für dein Abo. Kuss. Kuss. Ja, wir suchen mal hier die Büroräume ab. Weil aktuell müssen wir uns hier so ein bisschen, sag ich mal, durchwurschteln durch diese ganzen Komplexe. Ich hab auch so viel Schuss mittlerweile. Eigentlich müssten wir die echt mal rauslassen. Ich spar halt wieder viel zu viel. Kassem Tape! Ich liebe deine Streams und feiere immer deinen Content. Bitte hör niemals auf mit YouTube, Bruder. Ich hab deine Dolo eben nicht gesehen. Ey. Big sorry auch an dich. Digga. Hätte ich später auf jeden Fall gelesen. Irgendwann lese ich die im Stream. Wir haben gesehen, dass es gerade wieder am Fünfer reingehauen. Dankeschön, Brudi. Vielen, vielen Dank. Wenn du weißt schon, wann Poppy Playtime-Content kommt, kann ich dir noch nicht sagen, weil es noch nichts für den Game gibt. Ich möchte mit euch einfach gerade so Skibbidi-Toidet und sowas ist gerade ein aktives Thema, weil da halt auch viel zu kommt. Wer sind die? Ab, Bruder. Erledigt. Der bleibt da oben. Der bleibt schön hier oben drauf. Da liegt er gut. So. Hier haben wir noch einen Raum. Der Typ da hinten gefällt mir auch überhaupt nicht. Richtig nerviger Typ. Ja, was denn, hä? Ja, was denn? Hä? Bleib auf dem Boden. Den haben wir zugetaped, Leute. Brauche meine Ruhe. Hier sind viele Räume. Hier ist ein Durchgang. Weißt du? Habe ich keinen Bock, dass mir einer auf den Sack geht, so wie der. Weißt du, was ich meine? Mann, ey. Jupp, kannst du meiner Schwester 1K Robo schenken als Dankeschön, dass du der Beste bist? Ich sag dir jetzt mal, was ich da mache. Mhm, mhm. Moment mal, wo ist der? Snake, Digga. Das gibt von mir erstmal einen entspannten Timeout. Und wenn du dich gleich nicht entschuldigst für so eine dumme Aussage, kriegst du einen permanenten Bann. Haben wir uns da verstanden? Martin, schreibst du ja auf. Ich möchte, dass du den Bannst, wenn er sich in 5 Minuten nicht entschuldigt hat. Der hat jetzt erstmal, oder 10 Minuten. Er hat jetzt erstmal kurz Timeout-Sperre. Also so einen dummen Müll will ich nie wieder lesen. Wenn wir Roblox spielen, dann könnt ihr warten, bis ich sage, schreibt euer Nickname rein. Ich weiß nicht, was daran so schwer ist. Oder zum Beispiel heute, als ich gesehen habe, jemand hatte in meinem Stream gewartet. Schon vor, also ich glaube halb 11 war das da oder so. Digga, dem habe ich auch mal 100 Robux geschenkt. So, dann könnt ihr gerne auch euren Namen schreiben. Aber bitte hört auf zu fragen. Ich mache das nicht, wenn ihr fragt. Das hat keinen Effekt. Egal, ob ihr mir schmeichelt oder nicht. Vor allem so ein Random, Digga. Irgend so ein Randy, der hier in meinem Chat drin war, den ich noch nie gesehen habe. Oder das sowieso. Ganz schwierig. Es geht. Ich muss hier mal durch. Ich schreibe jetzt gar nichts mehr. Deine Hand nicht. Was geht denn hier wieder ab? Junge, wir haben echt ziemlich viel Munition. Der Typ klebt jetzt erst mal ne Runde. Ich werd mal was sagen. Komm her! Aua! Mann, ey! Die kleinen Dinger sind schnell, Alter. Die sind schnell, Mann. Nervig. Was geht hier ab? Was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Oh, Big Loot! Ja! Warte mal. Können wir noch alles benutzen? Yippie! Yippie! Das war war. Liebe Sterne, la la la. An alle! Wir haben diesen Tresor aufgestellt, um empfindliche Gegenstände von den Händen der Nachbarn zu schützen. Ist egal. Weg damit. Passt. Warte, haben wir noch so. Brettspieler. Er hat einen Schlüssel in der Hand. Er hat einen Schlüssel in der Hand. Ich muss dieses Brettspiel zocken. Okay, Chit. Hier ist ein Tresor. Oh, Junge. Ich liebe Tres... Da würde was fehlen. Mach den Tresor auf! Wer hat die Tasten vom Tresor geklaut? Ich den finde, ne? What the... Sternenspieler? Sternenspieler, hast du gerade eine 24-Euro-Dono gemacht? Ich liebe Sterne. Leute! Stern-Emojis in den Chat. Aber mal ganz schnell. Da ist der Chat. Stern-Emojis rein. Dankeschön für 24 Euro. Kuss geht raus! An Sterni! Ich nenne dich Sterni, ist das okay? Ich finde den Namen cool. Was ist denn hier? Alter! Was ist das denn? Bro, habt ihr das gesehen? Was war er denn, Alter? Wer hat den hier reingelassen? Junge! Was ist das denn für ein Randy? Digga, der ist extrem schnell. Der ist extrem schnell. Nix drin. Ey, Gott im Himmel. Ich geh raus hier. Alter! Das war schon gerade ein bisschen creepy gewesen. Der Typ, der war gerade echt... War schon gerade ein kleiner Krampf auf jeden Fall mit dem. Guck mal, Sterni, das ist für dich. Alter, noch mal eine 24er-Dono! Halt's Maul! Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Eine Granate? Oh, alles klar. Let's go. Ich hab keinen Platz mehr. Digga, ich bin full. Ich bin full. Full of stuff. Ich habe maximalen Loot erreicht. Was essen das? Ich will noch mehr einsammeln. Ich schieb richtig Hate jetzt. Ach! Du Scheiße! Scheiße! Stern, Digga, bist du... Chat. Wo sind die Sterne? Wo sind die Sterne? Was geht denn jetzt ab? Bro, das sind 72 Euro. Bist du weich? Digga, selbst mein Donation-Alert. Das kann nicht sein! Das kann nicht sein! Dankeschön! Sterni! Dankeschön! Sterni! Da musst du auch mal eine Wache! Hey! Ich will nur noch Sterne im Chat sehen. Immer wenn Sterni jetzt eine Dono macht, will ich nur noch, dass der Chat voller Sterne ist. Habt ihr mich verstanden? An alle OGs, die jetzt hier sind, sobald Sterni eine Dono macht, nur noch Sterne. Wir nehmen die Sam... Wir können die Maske nicht nehmen. Ich hab keinen Platz mehr, Alter. Ja, Sterni. Das hast du jetzt davon. Jetzt hast du einen Ruf hier im Chat. Bro, aber bitte, please not, irgendwas donaten. Ja, bitte nicht irgendwas donaten, was nicht geht, Digga. Lass es lieber, ne? Ich nehm die gerne an. Aber lass es, Digga, wenn's irgendwie nicht so... nicht so... gerade für dich nicht so gesund ist. Lass ich mal. Denn ich darf leider keine Donuts machen. Ist das schlimm? Nein, Julian. Du kannst ein Like da lassen. Du kannst mir zugucken, wie ich jetzt... Oh, Digga. Zündung! Erledigt, Digga. Was willst du denn, hä? Ja, komm doch! Ja, komm doch, hä? Lappen. 1A-Lappen. Festgeklebt. Was war's mit denen? Hier ist, glaube ich, ein Safe-Room. Den müssen wir jetzt auch erst mal nehmen. Ich geh Safe-Room rein. Wir müssen erst mal Inventar sortieren, Digga. Also wirklich, da einiges machen auch grad. Man sieht, ich hab einfach zu viel Zeug dabei, ne? Ich versteck das erst mal. Munition. Warum hab ich so viele Magazine aufeinander? Was ist das eigentlich für ein Rotz? Patronen? Ich hab auch einfach viel zu viele Patronen. Okay, 4 Schuss. Versteck ich mal. Dann das Heiltonikum. Verstecken wir auch. Ähm. Bisschen blöd ist das hier mit dem Schlüssel. Digga, ich hab ja noch mehr Patronen. Verstecken wir auch die? Die Shotgun ist halt schon echt groß, ne? Nimm viel vom Platz auch weg. Wir gucken mal. Hab ich noch Klebeband? Eins hab ich noch drinnen. Ähm. Wir verstecken die... Wir verstecken die Marken auf ganz entspannt. Gab einen kleinen Leckchat. Sorry. Ich hab in letzter Zeit, ich seh's auch gerade, nach einer Stunde, irgendwie mein Router macht immer ganz kurz aus und dann hab ich so 5 Sekunden ungefähr keinen Stream. Das kommt einmal im Stream. Bisher die letzten 3 Streams ist immer vorgekommen. Ich behalte das mal im Auge. Kann da aber jetzt auch nicht viel machen. Wir verstecken mal die Flasche hier noch. So. Sieht da eigentlich schon mal recht gut aus, wenn wir das hier eventuell... Ja, ach komm. Leute. Oh, die. Alles full. Alles full. Okay, wir haben eine Samtmaske. Wir haben jetzt zwei Stück. Wir speichern... Ich hab keine Münze gerade hier. Schlecht. Ich brauch eine einzige. Die nehmen wir. Und damit speichern wir jetzt. Deine Abonnenten gönnen für den saftigen Döner. Ich ess kein Döner mehr, Bruder. Tatsächlich. Ich ess kein Döner. Bei Sternspieler, ich hab grad gesehen, irgendwie kam eine doppelte Donut durch oder so, ne? Sternspieler, wie viele Donuts hast du gemacht? Hör dich ganz zerhackt. Kann sein, dass Leggy ist, Bro. Der Chat macht Party. Was ist los mit dem Mikro? Was ist mit dem Mikro? Lass mich einmal hören. Ist da was mit dem Mikrofon? Da hat ab... die Eins. All right. Safe nicht. Eins. All right. Safe nicht. Eins. Safe nicht, Digga. Da ist nix mit dem Mikro. Eddie Mann. Bruder, mach nicht, mach nicht sowas, ne? Ich sag dir ehrlich. Wenn der jetzt Mod im Stream hätt ich richtig, Digga, geschwitzt. Hätt ich gedacht so, oh Gott, was da los? Matteo, ich verlass mich auf dich, ne? Du bist heute mein Co-Pilot, Bruder. So. Ich habe nichts gefunden. Ich kann hier rein und muss dort noch diese Samtmaske mitnehmen. Muss ich die jetzt alle killen, oder was? Kommen die hier später? Oh, Digga, hierfür wäre die Granate so clean gewesen. Was zum Teufel ist das? Was meinst du? Yo, was geht denn jetzt ab? Alter! Help! Ich muss jetzt durchziehen. Ekelhaft. Und tschüss. Was sollen wir mit den... Ich hätte die Granaten für die Monster genommen. Also du meinst für das Riesige. Ja, wer weiß. Hätten wir auch was bekommen, wenn wir das umgelegt hätten. Weiß ich halt nicht, ne? Ähm, ich kann auf jeden Fall mein Heiltonikum direkt mal benutzen, damit wir auch nicht draufgehen. Was ist das für eine Maske? Wofür benutzen wir die, ist die Frage. Okay. Ähm, let me mal überlegen. Wir haben die Stage hier, wir haben dieses goldene Ding da drüben. Was ist das? Soll da was rein? Ich denke mal, ich werde die später brauchen, oder? Wahrscheinlich brauche ich die jetzt noch nicht. Die sind ja fürs Theater. Also, ja, mal gucken. Ähm, haben wir alles erledigt hier? Warte mal, es gibt noch Schlüssel, die wir aber aktuell nicht haben. Die Masken haben wir uns jetzt geholt. Wir haben alles durchgeprüft hier. Alle Räumlichkeiten durchgeprüft, stimmt's? Ja. Ey, Denno, du hast ja vor dem Stream Robux gegeben. Bruder, du kriegst jetzt erstmal einen Timeout für fünf Minuten. Auch von mir. Bitte, tu mir einen Gefallen und spamm nie wieder so dumm in meinem Chat. Weil, wenn du das nochmal machst, dann war das für dich das letzte Mal, dass du einen YouTuber, äh, vor dem YouTuber umsonst Robux bekommen hast, okay? Finde ich gar nicht gut, Digga. Okay, wir haben hier unten noch eine... Warte mal. Warte mal. Wir brauchen... Wir brauchen einen Stick. Wir brauchen einen Stick, damit wir diesen einen Schlüssel bekommen, damit wir dann... Ja. Wir müssen diesen... Wir müssen diese komische Figur finden. Wir müssen nochmal nach oben. Lass mich mal schauen. Diese komische Figur, wo könnten wir die herbekommen? Hier ist die Stage, da hinten können wir nicht durch. Hier ist nur das Safe Point. Da ist... Was war da nochmal? Hi, worum geht's denn im Spiel? Wir sind hier in dieser Sesamstraße, die ein bisschen creepy ist. Ja, was soll ich sagen? Die sendet halt die ganze Zeit Fernsehsignale aus und ich muss das wieder ausschalten. Ich bin Hausmeister. Ich hab gestern auch einen Blaumann angehabt, aber den wollte ich heute nicht mal anhaben. Den hab ich doch vergessen, bin ich ehrlich. Jetzt brauch ich den noch nicht mehr anziehen. Magst du Anime, Denno? Ja, schon. Chad, wer ist hier grad? Keine Burger heute bei McDonalds! Oh, Junge. Der Typ rennt aber auch immer, ne? Aber er ist... Er vergisst, glaub ich, komplett auch immer, dass ich hier bin. Die Tür ist verschlossen. Hier können wir ja wahrscheinlich nicht viel machen. Karte nehmen wir mal mit. Warte mal. Ich kann doch... Ich benutze nie diese Karten, ne? Ich bin hier. Hier hinten kann man nicht durch. Recording Room, West Office, Main Hall, da waren wir drinnen. Recording Room, Shooting Range, da müssen wir nämlich hin. Da gibt es Etage Nummer Route 3. Kann ich auch mal irgendwie... Ah ja. Werkzeug und so weiter, man kennt ihn. Geh mal einfach hier rüber. Tut uns leid, McDonalds hat heute geschlossen. Kommen Sie morgen wieder. Genau so sieht's nämlich aus. Können wir nach oben? Da ist auch ein Schlüssel, ne? Ich glaub, so war das, ja? Wo sind wir jetzt? Hier. Okay, dann kommen wir in die Küche. Machen Abgang. Kleben wir auch fest. Könnte sonst echt noch nervig werden. hier unten könnten wir runter. Moin, Ernie. Was läuft? Alter, du kriegst ein bisschen was in deinem Verdammtes Kiss. Aua. So, jetzt reicht's. Zieh dich, Alter. Fettsack. Geh mal hier runter. Es klingelt. Es klingelt, Chat. Es klingelt. Das ist klingelt. Vielen Dank. Hey, was ist das denn hier schon wieder? Weißt du, wie ich mein? Okay, lass mal sehen. Oder was ist das? Ah, Leute, guckt. Ich habe mir, jetzt kommen wir wieder zum Thema Schönheit. Das ist ein Nagelset, Digga. Auch wichtig irgendwo. Für Fingernägel schneiden und so, ne? Und ich brauche eine neue Handyhülle. Auch, Digga, wichtig. Das ist eine Handyhülle. Alles cool. Was haben wir hier? Habe ich irgendwas zum Eventuellen? Nö. Ah, war denn mal? Oh, Digga! Digi! Digi, geil! Yes! Digga, das Teil ist ganz, ganz wild, Chad. Da habe ich mir mal was gegönnt. Das sage ich euch. Für die Gamescom. Guckt diese Tasche an, Digga. Wild. Wild. Die hat ein Schuhfach. Bro, sehr, sehr geil. Die hat so ein Schuhfach hier. Digga, die Tasche ist extrem cool. Ich schwöre, dass ihr euch die habt. Also so eine Trainingstasche, ne? Ähm, die soll aber, da sollen aber auch so Klamotten rein, wenn ich jetzt zum Beispiel in Köln unterwegs bin. Da kannst du halt so Schuhe hier reinpacken. Und, naja, Digga, Leder. Das kommt sehr, sehr krass. Also, das kam gerade. Was ist für Köln? Es kommt aber ordentlich noch mehr, weil ich habe mir drei paar neue Schuhe bestellt, bevor ich zwei auf jeden Fall behalten will. So, jetzt muss ich aber erstmal klarkommen. Was ging hier gerade? Wir sind im unteren Bereich. Stimmt. Mal hier rüber. Meine Mama sagt, du bist nicht auf der Gamescom. Doch, bin ich. Warum sagt deine Mutti sowas, Digga? Das stimmt nicht. Können diese Tür hier öffnen? Ja! Da ist die Spielfigur! Chad, wir haben sie! Okay. Loot? Kein Loot. Was ist hier? Mit dem Schlüssel kann man hier rein, da noch irgendwie das eine oder andere machen und dann müssen wir hier in dieses Studio. Okay. Denno, wo kann man denn Pulli kaufen? Ähm, ich habe noch gar keinen Pulli, Bruder. Ich habe auch gar keinen Merch. Am 15. September wird es so zwei 250 Merch-Pakete geben. Das nennt sich Bundle. Und, ähm, ja. Dann gucken wir mal. Wenn das gut läuft, dann mache ich wahrscheinlich öfter Merch. Das wird aber halt exklusiv werden. Das wird eine einzige Kollektion sozusagen. Und danach kommt dann was anderes. Chad, heute noch Zoll-Simulator? Können wir mal gucken, ne? Ich muss jetzt auf jeden Fall noch das Match-Eggerich-Dich-Nicht-Ding da machen. Und dann... Ja, ich glaube, Zoll-Simulator machen wir morgen, oder? Morgen haben wir auf jeden Fall noch mal richtig gut Zeit. Ich würde dann eher heute lieber ein bisschen, äh, My Friendly Neighborhood durchziehen. Ich kann für immer nicht auf die Games kommen. Warum? Warum kannst du nicht auf die Games kommen? Warum für immer? Machst du bald Studio-Room-Tour? Fragen mich alle. Der weiß ich nicht. Ich wollte das Ding eigentlich diese Woche erledigt haben, aber, ja, was soll ich sagen, Digga? Ich sitze lieber am PC und streamen. So viel zu mir. Junge, jetzt hör mal auf damit! Mann, ey! Dulli! Der den mal an. Weiß halt nicht, ob er mir was tut, ne? Ich denke schon, der wird mich ja überrollen. 2.00 Uhr am Morgen. Ja, denke ich auch. Carola ist auch dabei. Okay, hier. Mann, das geht jetzt gib ins Geist. Was ist ja. Okay, danke. Okay, danke. Vielen Dank. 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 Was soll ich sagen? Alles oder nichts? Oh, es wird nicht cool. Chat, alles oder nichts? Chat, alles oder nichts? Ja. Chat, wir haben gewonnen. Chat, wir haben gewonnen. Alles oder nichts? Ich hab's gesagt. Alles oder nichts? Und er kriegt nichts. Blöden Mann, Alter. Geh mir den verdammten Schlüssel jetzt. Ha! Jetzt nächste Mission. Nicht sterben, weil das tut sonst weh. Also, wir haben jetzt einen Schlüssel. Können wir hier rein? Können wir machen. Ja. Für alle Fälle habe ich meine Shotgun in der Hand. Wer weiß, was jetzt passiert. Wir können Abkürzungen nehmen. Neue Patronen. Neue Patronen für die Schoddy. Neue Patronen für die Schoddy. Auch immer gut. Gib mal Heiltonikum jetzt. Noch auf Ehrenmann-Basis so. Hier muss ein Videoband rein, denke ich. Wie kann ich da einen Film anmachen? Crazy. Gucken wir halt mal, ne? Was wir da... Oh! Eine Filmrolle. Was läuft hier? Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt gerade gemacht haben. Kann es sein, dass der Grüne... Was war das gerade? Okay. Kein einziger Heiltrank oder so zum Looten. Machen wir weiter. Machen wir weiter rein. Was ist das für ein Spiel? Das ist My Friendly Neighborhood. Wenn ihr gestern nicht dabei wart... Dann... Ist das natürlich auch kein Wunder, dass ihr nicht wisst, was das für ein Game ist. Bitte lasst es Safe Room sein. Wer ist das von euch, Chat? Jeden Tag. Ich habe heute schlechte Laune, Mann. Heilung, please. Immer noch nichts. Ich habe eine Granate gefunden. Alles gefunden. Wirklich alles. Nur keine Heilung. Du hast das bei Google Play hochgeladen. Was denn hochgeladen, Bro? Was redest du da? Ich habe nichts hochgeladen. Außer Videos. Zwischen hoch- und runterladen gibt es einen Unterschied, Digi. Download ist, was du auf dein Handy bringst. Hochladen ist, was du von deinem PC ins Internet bringst. Digi. Mach mich jetzt nicht sauer. Du musst doch den Unterschied zwischen hoch- und runterladen kennen. Mann, oh Mann. Ich hasse dich nicht. Taha. Du bist voll süß. Habt ihr es gerade gehört? Ich habe jetzt drei Masken gefunden. Den Schlüssel habe ich auch. Ich muss jetzt irgendwie ganz schnell abspeichern. Ich überlege gerade, wie wir es machen. Wir haben hier das Risky-Ding. Kein Risiko mehr. Wir können uns jetzt heilen. Leute, wir sind safe, Alter. Ja, entspannt. Kostet das Spiel Geld? Also das hier auf jeden Fall. Die Demo war damals mal umsonst, ne? Wir sind wieder entspannt geheilt. Alles entspannt. So. Schlüssel haben wir. Shotgunpatronen verstecken wir. Ja, wir haben so viel Shotgun-Munition. Wahnsinn. Ich würde sagen, wir nehmen dann vielleicht... Die andere Maske noch mit. Wir wissen ja nicht, wann wir die brauchen. Aber wir haben hier noch eine. Nehmen die einfach mit. Wie heißt das Spiel? Äh, My Friendly Neighborhood. Und Münzen brauchen wir auch noch, Chat. Die andere Maske noch mit. Denno, Neymar oder Ramos? Oh, der ist beide schwierig. Ramos ist eigentlich schon cooler, ne? Neymar eigentlich so ein Schauspieler, ja. Im Fußball. So. Ja, du bitte sag mal, was ich verpasst hab. Am besten guckst du das im Stream nach, Bruder. Warum soll ich dir jetzt erzählen, was du verpasst hast, wenn ich das bei jedem machen würde? Digga, wer ist das denn? Junge! Hör mal auf damit! Drecksack. Piss dich, ey. So. Gehen wir rein hier. Da wollen wir nämlich hin. Was sind das für, was sind das für gelbe Kreuze immer? Frag ich mich, ne? Da ist ein Kühlschrank. Da war ein Schokoriegel drin. Denno, Poppy, Playtime in Modern Garden of Bandmen. Ich würde eher sagen Poppy Playtime. Das ist leider noch etwas, also leider noch deutlich besser entwickelt. Okay, die Tür hat sich geöffnet. Wir können auch hier jetzt rein. Es gibt noch ne... Digga, wie viele Masken willst du denn noch haben? Nicht schneller geworden? So aus. Maske können wir mitnehmen. Ich hab jetzt vier Masken, Alter. Ich hab langsam keinen Platz mehr. Was machen wir jetzt damit? Boah, jo, Alter. Ich bin ja richtig am durchziehen. Digi. Geil. Was ist das? Untersuchen. Ich brauch irgendwie anscheinend was, um hier einen Fahrstuhl zu aktivieren. Das ist, denke ich mal, für die Hauptlobby oder so. Kannst du dreimal raten, was ich gerade für ein Gefühl habe? Warum soll ich denn dreimal raten jetzt? Sag mir das doch einfach. Warum soll ich denn raten? Erzähl mir das doch einfach oder lass es. So. Guten Abend, Denno. Ich bin ein bisschen spät dran, oder? Wir haben halb zwei, Brä. Guten Abend. Erledigt. Mal hier rein. Was ist das denn? Wäscheraum? Toilette. 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 Der Typ ist auf jeden Fall gerade mies gerippt worden. Eine Filmrolle. Und ich hab wieder keinen Platz, Mann. Weil ich einfach nicht weiß, wohin mit dem ganzen Zeug. Pumpenteil. Wofür brauch ich das jetzt? Ich hab keine Ahnung. Für einen Kug oder einen Kessel. Das ist das dümmste Spiel des Jemals, Denno. Nee, find ich nicht so. Denno, wir finden das Krümelmonster. Ja, das hab ich schon. Ich guck erst mal auf die Karte. Haben wir irgendwo noch Türen, die wir mit dem Schlüssel aufschließen sollten? Ich denk nicht. Das kann ich ja rausfinden, indem ich... Ja, es gibt noch Türen. Mach'n Abgang! Mann, ey! Ich würd' sagen, wir... Speichern erstmal, oder? Ich hab' Lust auf Bubble... Bubble Tea? Wie ist der Bubble Tea? So lecker? Ich feier Bubble Tea irgendwie so gar nicht. Ich hab' direkt einen, äh, in der Nähe, ne? So'n Laden in der Nähe. Bubble Tea Laden. Aber ich fühl' den nicht so. Heilen. Das war's. Mein Boot ist nicht hier. Digga, was hast du mit dem Boot gemacht, Bro? Ach, nö, ey. Jetzt kann ich mal mit dem Boot wegfahren. Kann ich dich Denno nennen? Ja, sicher. Alle nennen dich Denno. Denno, wann machst du Chuchu, äh, circa? Gar nicht. Warum soll ich denn Chuchu-Chall spielen? Digga, das Game ist doch schon... Wir haben das doch schon gezockt. Da gibt's doch nichts Neues zu. Soll ich das denn nochmal spielen? Direkt raus. Direkt raus. Ich geh' immer davon aus, dass wir ein Tier langen können. Hast du noch ein Greenscreen gekauft? Wieso fragst du? Mach' nen Abgang, Alter. Und nerv' nicht. Eslette. Warum ist jetzt hier noch einer drinne? Ah ja, komm mal her. Komm mal her. Da, Lamasch. Und rein. Ja, das kommt auch an welcher Bubble-Tier-Laden? Wieso? Auf was kommt's da an? Bist du Bubble-Tier-Experte? Hier, let me show you how I learn. Hold your hands up in the air. Now bring them down in front of your face. I'm here to educate the children. I wanna make new vows. Die sind ja mittlerweile überall. Mann, ey. Munition ordentlich verbraten. Aber ist egal. Ich denke, wir müssen hier noch einiges erledigen. So. Ich hole mir jetzt erst mal wieder ein bisschen Shotgun-Money. Da würde ich sagen, können wir uns eigentlich auch mal direkt heilen. Und, also was das hier mit diesen Masken auf sich hat, weiß ich noch nicht. Wir haben jetzt hier eine ganze Menge dabei. Das müssen wir auch erst mal wieder loswerden. Aber, darum kümmern wir uns an einem anderen Tag. Ich speichere das Game ab. Freunde, wir machen für heute Feierabend. Eineinhalb Stunden Stream reicht mir dann auch. Wir werden morgen weitermachen. Und ich gehe mal davon aus, dass wir heute die 6.296.000 knacken. Ich hoffe, dass euch der Livestream gefallen hat. Mir auf jeden Fall. Würde mich freuen, wenn wir, ja, die 300k vor Dienstag packen. Ich sage herzlich, herzlichen Dank an Sternspieler, der heute um abnormal kranke Dono gepfeffert hat. Ähm, ja, wir sehen uns morgen wieder. Morgen vorletzter Tag, vor meiner Streaming-Pause. Dann bin ich eine Woche weg, Chad. Also, ja, ich hoffe, ihr seid morgen wieder dabei. Morgen geht's mit Thaddeus weiter. Und dann zocken wir, ähm, das Game hier wahrscheinlich zu Ende. Ich wünsche euch einen wunderschönen Samstag. Kuss, kuss, kuss. Und, ach so. Digga. Ja, einige von euch haben sich Monster-Merch gewünscht, okay? Und ich glaube, dass einige von euch das noch gar nicht gesehen haben, dass Monster-Merch kam. Guck mal. Ich hab hier Monster-Merch frisch für euch rausgehauen. Und, äh, ich hoffe auch, ne, wenn ich jetzt gleich einen Link reinschick, dass ihr mal wieder schön ne Runde mit rein solltet. Ist ein neues Monster-Merch, by the way. Wird mich freuen, Digga, wenn ihr am Start seid. Ich hab Monster-Merch für euch extra aufgenommen. Es kommen jetzt sechs Folgen. Sechs geile Folgen. Und, ähm, ja. Wir bauen immer wieder einen neuen Mega-Charakter. Ich bedanke mich, dass ihr im Start wart. Ich schmeiß euch rüber in einen anderen Stream. Und sag bis morgen. Kuss, kuss. Dano out. Kuss, kuss. Kuss. Kuss, kuss. Vielen Dank.